Herzlich willkommen hier an der Hüvener Mühle. Das ist die einzigste Wind- und Wassermühle in ganz Europa und vor allen Dingen die ist noch voll funktionsfähig. Normalerweise machen wir von April bis Oktober immer den zweiten Sonntag malen wir hier. Wir sind acht ehrenamtliche Müller hier, zurzeit sind drei wieder neu in der Ausbildung, damit wir jungen Nachwuchs haben. Und die Mühle ist voll funktionsfähig und das Schöne ist, man sieht alles, innen ist alles offen. Man kann sehen, was mit dem Getreide passiert und wie es gesiebt wird und das kommt bei den Gästen auch sehr gut an. Dann haben wir viele Besuchergruppen hier auch, oft auch Schulklassen und für die Schulklassen haben wir ein ganz besonderes Programm. Und das wird auch sehr gut angenommen. Ja, Sie sehen unsere Hüvener Mühle, die Wind- und Wassermühle, von der wir behaupten, dass sie einmalig in Europa ist, voll funktionsfähig. Ob das alles so stimmt, wollen wir da hingestellt sein lassen. Aber das ist nebenbei. Die Geschichte der Mühle ist eigentlich viel interessanter. Und zwar gibt es in den Annalen nachzulesen, dass sie eigentlich um 1634 schon erstmalig erwähnt wurde und bis 1850 als reine Wassermühle gelaufen ist. Und um 1850 hat der damalige Müller sich die Windkraftanlage aufsetzen lassen, möglicherweise bei der Grundfreigabe des Mahlrechtes. Möglicherweise kann man nur spekulieren, aber so steht es irgendwo geschrieben. Die Mühle selber ist um 1800 abgebrannt, komplett, ist auch wieder aufgebaut worden. Und 1802 ist sie wieder komplett neu in Betrieb genommen worden, aber immer noch als Wassermühle. Und der Turm, wie gesagt, der Windturm ist um 1850 aufgesetzt worden und seitdem sehr gut in Betrieb. Möglicherweise ist es natürlich auch für die damaligen Müller recht schwierig gewesen, die Windanlage samt der Kappe zu drehen, weil man hatte natürlich nur tierische Fette zur Verfügung. Wobei mit nur, muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch unsere heutigen modernen Müller arbeiten noch mit Talg und mit modernen Schmierstoffen. Also es war aber, wie gesagt, auch in der damaligen Zeit recht schwierig für die Müller den Turm beziehungsweise die Kappe zu drehen. Und so ist es natürlich dann im Laufe der Zeit ist jemand auch dazu gekommen, dass die Mühle nicht mehr als Windmühle zu gebrauchen war, weil Flügel abgebrochen waren. Und ja, dann wurde das Ganze stillgestillt. Bis 1950 war die Mühle in Betrieb, als gewerblicher Betrieb. Und um 1954 hat der Kreis Heimatverein die Mühle gekauft, der Kreis Heimatverein Aschendorf-Hümbling, und hat die erste große Renovierung an der Mühle vorgenommen. So, die stand bis zu diesem Zeitpunkt ohne Flügel, mit kaputtem Dach auf der Kappe und auch sonst sehr, naja, ich sag mal zerfleddert, musste also general überholt und aufgebaut werden. Und das ist natürlich gelungen. Und für uns macht es heute natürlich unheimlich viel Spaß, mit der Mühle weiterzuarbeiten und einfach auch da zu sein, um das Ding, so nenne ich das mal, einfach auch zu erhalten. Tja, schönen Dank. Wenn Sie mal Zeit und Lust haben, besuchen Sie unsere Mühle, dass es jederzeit einen guten Besuch wird. Dankeschön. Die Hüvener Mühle ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was es Probleme früher mit Wind und Wasser gab. Beide waren ja nicht immer zur Verfügung. Und so hat man schon im Emsland im 17. Jahrhundert die ersten Anträge gestellt auf Kombinationen von Wasser mit Windmühlen, die allerdings damals alle von der Landrostrei in Osnabrück und vom Ministerium in Hannover abgelehnt wurden. Hier in Hüven ist es die erste, bei der das die Kombination von Wind und Wasser geglückt ist. Kombinationen von Rossmühlen mit Windmühlen, die gab es schon früher in Aschendorf beispielsweise. Also gab es so ein Beispiel. Und hier, als dann die Hüvener Mühle fertig war, das war 1851, hat man im ganzen Emsland das als Vorbild gesehen, um ähnliche Beispiele woanders nachzuvollziehen. Geglückt ist das nur noch in Läden Hersum. Das ist ein Mühlenstandort an der Südrade. Wir sind ja hier an der Mittelrade, an der Südrade, also weiter im Osten. Dort hat der hiesige Müller, der hieß Abel Möller, hingeheiratet und hat offensichtlich die Kenntnis der Wind-Wasser-Mühlen-Konstruktion von hier dort mit hingenommen. Also ich kann mir vorstellen, wenn diese Mühle noch existierte, die ist am Ende des Zweiten Weltkriegs von Engländern zerschossen worden, wenn die noch existierte, das wäre also die Top-Situation hier im Emsland, zwei solcher Mühlen relativ dicht nebeneinander. Es gibt woanders noch Reste von Wind- und Wasser-Mühlen, aber so wie diese hier, das ist wirklich einmalig. Das ist wirklich einmalig. Also ich kann mich jetzt mal wiederholen. Und dann wird das Sof Psalm 2-1-4-2-3-2-2-3-2-2-4-3-2-3-3-2-3-3-2-4-3-3-2-3-3-2. Ein Badger und Wasser-Mühlen.